So, hallo und herzlich willkommen zurück. Hm, ich weiß gerade, was hat man ja noch gehabt. Gekältes Fleisch, schau mal. Ich muss ja mal gucken. So, da, 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 da. Aber dennoch gen noch da. So, wir zünden an. So, legen wir dann alles drauf, was wir brauchen. Muss erstmal heiß werden. So, legen wir schon die Teller drauf hier. So, come, come, come. So, come, come. So, dann können wir schon mal öffnen. So. So, Teller wird dann. So, 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 dann. So. 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 1, 2, 3 und 4 ja, dann ist es fertig, wunderbar dann machen wir jetzt trotzdem hier weiter so Tomate, dann können wir mal hinpacken mhm so, dann machen wir dann weiter so, dann machen wir dann so, dann machen wir dann Oh, nack mal hier. So, haben wir das erstmal schon mal fertig hier. Dann kann man das mal zumachen. Eigentlich will ich das so lange wie möglich verkaufen hier. Den nächsten Tag mache ich noch mit. Und dann habe ich zum Schluss dann... Und drei Sterne. So. So. Speisekarte. Drittes Fleisch. Level 6 schon. Ich weiß, Quiche und Greis spielen das jetzt auch. Hm. Haben schon vorher angefangen als ich. Aber das ist gut. So. Die Feuern schon mal an. Komisch. Manche Packungen, da ist ja nichts. Also da kriege ich ja nichts wieder. Und manche, da bleibt was übrig. Von die Kohle. So. So. Du kannst schon mal anfangen. Du kannst noch mal anfangen. hmmm Alter, dass die meisten Spiele hier nicht für den PlayStation hochkippt hier für Konsole Scheiße, Alter So, du bist schon mal zuerst drin Ja, und dann können wir schon mal öffnen So, da kann ich den Können wir schon mal entgegenstellen Die hatte ich hier auch nicht, ob Konzak grün ist Das ist dann bloß nachher Ich muss mal hochgucken hmmm 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 und dann ganz und wie einfach so wie einfach einfach oder hier die wie hier das ist denn Hör mal, das war jetzt Level 5. Okay, jetzt kann ich schon weg. Hör mal, ich kann nicht auf Level 5 kaufen. Ein Standort oder so? Weißt du? Hör ich da rein. Was muss ich denn machen? Da rinnt man. Was darf ich denn? Wisch mal weg. So, jetzt können wir hier hinsetzen. Ich kann doch nicht mehr die Snisterma fertig machen. So. Mh. Erstmal hier. Eins. Drei. Und jetzt mit Tomaten. Muss ich alles wieder neu holen? Mh. Okay, Moment. Zack. Sag, so bist du schon. Und du kannst. Sag, so bist du schon. Uh oh. Mh. Mh. Und jetzt kommt schon mal. Dein. Zwei. Zweig. Drei. Ümer. Norhalb. Vogue. Zwei. 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 Ich habe noch 10 Stück Karten im Jahr 2009. Jetzt sind alle fertig, jetzt haben wir noch das Fleisch, da unten reicht noch. Wir brauchen gleich mal 10 mal Fleisch und dann packen wir das weg und dann machen wir das erst mal. Ach so, heute, komische Ding müssen wir auch noch holen. 250 haben wir jetzt noch 5.000 noch. 5.000 haben wir jetzt noch, dann geht das. So, hat gelivelt. Level 7, Level 8 sogar. So, ich wünsche euch mal, haut rein und tschüss. So. So. So.